Das Bundesliga-Ziel von OZET. Junge Zielgruppen überzeugen. Die Challenge, die regionalen Interessen der Fußballfans mit unterschiedlichen Spielpaarungen zu bedienen. Denn jeder Fan möchte die Quote für den Verein aus seiner Region hören. Unsere First-Mover-Taktik, eine innovative, programmatische Webradio-Kampagne mit regionaler und dynamischer Werbemittelausspielung. Logisch, das wären dann mal 374 Audiospuren und über 14 Millionen mögliche Spotvarianten. Dynamisch zusammengesetzt klang das dann so. Seid dabei, das OZET-Topspiel am Freitag. Bayern München gegen 1899 Hoffenheim. Die Quote auf Unentschieden liegt bei 5,50. Somit erhielt jeder Hörer regional den wirksamsten Spot. www.kampagne.at-topspiel.com